Hallo Leute, cool dass ihr hier seid. Ihr habt jetzt natürlich auch schon mitbekommen, dass der Tinnitus und ich hier gestartet ist. Warum mache ich das? Ich habe hier so mitbekommen, dass manche dann doch mal so nachfragen, was ist denn jetzt los mit dir? Warum sagst du das immer wieder an, dass du Probleme hast? Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, grab mal deinen alten Podcast aus und veröffentliche den hier. Aber der Hauptgrund war ja eigentlich, weil ich gelesen habe, Ordner, Podcast. Da dachte ich mir, okay, da kannst du es mal bringen. Und da habt ihr eigentlich mal so mehr oder weniger so eine Info, was eigentlich mit mir passiert. Warum das manchmal so schwierig ist, mit sowas umzugehen, mit diesem Tinnitus und eben halt auch mit diesem Hörsturz, den ich hatte und mit meinem Ohr. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, bringst du es jetzt mal. Wann kommen die Folgen? Die kommen jetzt erstmal immer freitags. Und natürlich vielleicht dann auch nochmal aktuelle Folgen dann wieder aufnehmen und auch hier dann veröffentlichen. Ja, aber jetzt kommen erst mal die ersten drei Staffeln. Wahrscheinlich nicht ganz so, wie ihr es vielleicht schon mal kennt oder schon vielleicht gehört habt auf meinem normalen Podcast. Aber den betreibe ich jetzt nicht mehr, weil es irgendwie nichts gebracht hatte und auch die Zeit fehlte. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal hier. Und ich bin gespannt, wie er so bei euch ankommt. Die erste Folge war schon echt okay. Er hat schon ein paar Aufrufe und klar, mal schauen, was rüberkommt. Das war es dann schon wieder. Bis demnächst wieder auf diesem Kanal und viel Spaß mit der Tinnitus und ich. Macht es gut, Leute.